Einen Moment, ich muss noch irgendwas fragen. Judge? Judge? Ähm, bei Erebus, der zielt doch nicht. Doch, der zielt. Nein, das offizielle Ruhling ist, dass der nicht zielt. Doch, der zielt. Nein, der zielt wirklich nicht. Doch, ich spiele das Deck selber und ich weiß ganz genau, der zielt. Nein, ich will nicht. Hey, Judge. Hey, geht das eigentlich? Ich frage mal, Judge? Ja, sofort. Judge? Judge? Ja, mir gleich sofort. Bin sofort bei ihm. Sofort, warte. Effektverschleier auf deinen Raiden. Ähm, warte mal. Darf der Endphase jetzt überhaupt millen? Äh, Judge? Äh, hier. Ähm, wenn ich mit Effektverschleier Raiden annulliere, darf der eine Endphase millen? Ähm, you can send the top two to zwei. Äh, das ist nicht meine Sprache. Ich hole mal hier einen Kollegen, der übersetzt das einen ganz schnell. Okay. Mhm. 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 Aha. Okay. Judge. Judge. Ja, tut mir leid. Boah. Judge. Ja, danke. Ja, danke. Dahil. Jack. code. Die. Die. Bis zum nächsten Mal.